Diesen Knopf solltest du niemals drücken. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier drücken. Und was passiert hier so? Wow, Alter, es regnet riesige, große Tastaturen und Mäuse und Gaming-Headsets. Und, aha, was geht denn jetzt ab? Und jetzt geht auf jeden Fall eine fette Party ab. Yeah, ab geht es. Wir spielen heute nämlich mal diese verrückte Drücke-Nicht-Knopf-Challenge. Weil hier auf jeden Fall verschiedene lustige und verrückte Dinge passieren werden. Und mal schauen, was es auf jeden Fall noch alles so gibt. Und damit, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du gerne weitere coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren. Und rechts daneben auf die Glocke. Und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das wird mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, ihr seht's. Wir spielen heute mal eine Drücke-Nicht-Knopf-Challenge. Oh, ja. Wir haben in der Mitte diesen Knopf hier. Und den dürfen wir nicht drücken, sonst passieren richtig... Wow! Verrückte Dinge. Ich glaube, ich lebe nicht mehr. Ihr habt das auf jeden Fall gesehen mit ganz, ganz vielen Leuten abstanden. Alter, was geht denn jetzt ab? Es passieren immer andere Dinge, wenn wir auf diesen Knopf drücken. Und jetzt zum Beispiel... Alter, müssen wir jetzt hier wahrscheinlich in den Bunker reingehen. Da drüben ist ein Flugzeug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ab geht es hier rein. Ab geht es hier rein. Und hier sind wir sicher, oder, Freunde? Was geht denn da oben ab? Hallo? Ist da irgendwie... Und ich würde nicht da hochgehen. Habe ich es alle so neugierig schon. Alter, eine Riesenexplosion. Alles gut, ich bleib hier doch unten. Nein, sie hat es nicht überlebt. Sie hat wahrscheinlich kurz mit so 1 cm von ihren Haaren dazu rausgeguckt. Und es direkt explodiert. Ja, ja, ja. Deswegen sind wir natürlich hier in diesem Bunker sehr, sehr sicher. Okay, Leute. Drückt auf den Knopf. Drückt, 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 drückt. Was wird als... Oh, 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 oh. Nein, 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 schnell ab nach oben. Und jawohl. Wir leben. Oh nein, wir rutschen auch hier runter. Leute. Was geht ab? Was geht ab? Oh mein Gott. Die fallen runter. Alle fallen hier runter. Oh, 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 oh. Aber tschüss. Und was? Der hat sich gerettet. Junge. Was ein Profi-Mofi, muss ich sagen. Guckt euch das ganz mal. Alles wird jetzt auf den Kopf gestellt. Okay, das sind jetzt hier die letzten Überleben. Jawohl. Wir haben es geschafft. Easy peasy. Okay, Freunde, ich will den Knopf drücken. Ich will den Knopf... Oh, was? Wir sind im Squid Game. Im Glasbrücken-Spiel. Okay, links, 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 links. Okay, rechts. Wir folgen einfach. Alter, das ist ein Profi. Und... Oh nein. Okay, es ist rechts. Es ist rechts. Dann geht es hier ab nach links. Okay. Dann geht es hier ab nach rechts. Komm schon, Freunde. Los, los, los. Wo ist der richtige Weg? Oh, rechts, sagt er. Okay, okay. Das ist der richtige Weg. Alter, nochmal rechts. Oh mein Gott, Freunde. Werden wir es schaffen. Wie verrückt ist das denn? Wie verrückt ist das denn? Wir sind jetzt einfach hier tatsächlich... Oh mein Gott. Rechts, 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 rechts. Wir sind jetzt einfach hier im Squid Game. Die letzten zwei Brücken. Komm schon, komm schon, komm schon, Freunde. Links ist wahrscheinlich die letzte. Okay, Leute. Was wird das jetzt? Ich will nicht springen. Ich will nicht springen hier. Keiner traut sich hier zu springen. Was ist denn da alles? Ich gebe dir ein Kaugummi, wenn du springst. Und jo, direkt springst du hier. Als wäre ein Kaugummi so wertvoll. Und jawohl. Nein. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Wir haben es vermaßt. Wir haben den letzten Sprung nicht geschafft. Was geht ab? Nein. Freunde, wartet auf mich. Ich komme noch. Oh Gott, oh Gott. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und alter, die sind zu den Squid Game Wächtern geworden. Jo, ähm, hallo. Ich war lieb. Und alter, Speter, was geht denn jetzt ab? Schwarz, Rot, Weiß. Auf welche Farbe sollen wir... Okay, wir gehen auf die rote. Auf die Squid Game Farbe gehen. Ja, mit den Squid Game Wächtern. Und... Oh, die Lava steigt. Jawohl. Wir hatten recht gehabt. Aha. Das hat mir richtig viel Glück gehabt. Ey, was geht denn da ab? Junge. Okay, und alter, die hat ein Papagei. Cooler Papagei. Aber können wir irgendwas im Shop kaufen? Ah, wahrscheinlich. Mit Münzen. Oh, Obby. Ein Obby. Oh Gott, oh Gott. Freunde, los, los, Alter. Mit den ganzen Squid Game Wächtern. Machen wir jetzt hier... Oh, okay. Ein Obby. Alter. Junge, die springen sind ja übel schwer. Okay. Ich glaube, die sind nicht so einfach. Es wird wirklich... Oh, immer und immer schwieriger. Oppa. Okay. Jetzt geht es hier drüber. Alles klar, alles klar, Freunde. Tschüss, ihr Loser. Ich werde euch entkommen. So, zack. Oppa. Okay. Zaget die, zack. Oh. Oh, okay, okay, Freunde. Und jetzt hier so vorsichtig. Alter, Schwede, müssen wir hochklettern? Müssen wir hoch? Tschüss. Oh mein Gott. Und da, Freunde, ich will der Champion sein. Ich bin der Champion. Jawohl, ich habe auch eine Krone auf dem Kopf. Oder, ja, oder über dem Kopf. Die schwebt einfach so. Jo, jo, was geht ab? Ah, der hat einen Bürger. Äh, warte mal. Oh, nom. Ich habe einfach seine Bürger reingebissen. Ich glaube, wir können uns hier links im Shop genau hier ein paar Sachen gönnen. Aber ich habe leider noch nicht genug Münzen am Start. Aber was ich habe ist, jo, 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 eine Krone. Und, Alter, wo sind wir jetzt hier ankommen? Oh, warte mal, müssen wir jetzt hier einen weiteren... Oh, nein, Parkour machen. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein. Was ist los? Echt? Wieso schaffen wir das Ganze nicht? So, jetzt aber endlich, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Hier, der Obi-Kin. Ich habe mich umsonst eine Krone auf. Ja, 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 Freunde. Die Krone, Alter, kommt von nirgendwo. Kommt auch nicht von nirgendwo. Und wir müssen jetzt hier auf... Oh mein Gott, hier ganz, ganz schnell auf dem Stamm springen. Alter Schwede, rette dich, Kollege. Oh mein Gott, nein. Boah, der wurde fast... Hä? Was? Nein, aufgefressen. Nein, 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 das kann nicht sein. Oh Gott, oh Gott. Das sieht echt ganz und gar nicht gut aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Werden wir den Obi schaffen? Wir haben nicht mehr viel Zeit, Freunde. Wir haben... Oh nein, oh nein. Der Stamm geht runter. Nein, keiner hat es bis jetzt an Ziel geschafft. Was? Es hat einfach keiner geschafft, ey. Ich glaube, auf einmal kam da so ein Hai vom Meer, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, okay, Leute. Los, ich will den Knopf drücken. Ich, ich. Jawohl, ich habe ihn gedrückt. Ich habe den Knopf gedrückt. Hä? Warte mal, was geht ab? Ich will hier ein Bürger werden. Und, hallo? Bin ich zum Bürger geworden oder müssen wir den Knopf... Okay, wir drücken hier nochmal. Keine Ahnung, was das war. Und... Oh, eine Rakete. Uh, uh, ab geht es. Ähm, ab geht es. Nächster Halt der Mond. Ich weiß nicht. Alter, wie sitzt der da drin? Der sitzt da so drin. Hä? Fliegen wir jetzt wirklich irgendwo hin? Auf einem anderen Planeten? Ey, Kollege, alles gut. Ich will mich hinsetzen. Verdammt nochmal. Oh, ich glaube, Freunde. Ich glaube, wir werden jetzt in die Galaxie steigen. Und ab geht es. Wow, Alter, wir fliegen jetzt ab nach oben. Wow, ein bisschen Nettlichkeit. Und noch viel weiter. Wow, wow, alles klar. Und blub. Da fallen wir alle runter. Oh, mein Gott, da ist der Knopf, Freunde. Ich drücke ihn. Mal schauen, was wird jetzt... Oh, nein, 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 nein. Nicht das schon wieder. Mal schauen. Denkt ihr, es werden diesmal alles schaffen zu überleben? Das ist wirklich sehr, sehr krass. Ich meine, Freunde, ansonsten, so schwer ist es eigentlich... Hä? Der fliegt einfach. Und da ist der runtergefallen. Ich dachte schon, der fliegt. Oh, Leute, was machen die noch da? Ich glaube, die haben ja... Die haben es vermasselt, leider. So, jetzt hier vorsichtig. So, zack. Und jetzt hier. Okay, okay, ich glaube... Na, aber ich habe den Dreh raus. Ich habe den Dreh raus. Junge, der rutscht einfach runter. Pass auf. Dude, dude, dude. Aber wir haben einfach immer noch die Krone auf. Nichts kann mir diese Krone wegnehmen. Oh, ja. So, ab geht's. Wir haben hier ganz, ganz viele Münzen. Nein, acht Münzen haben wir. Ey, mittlerweile, ey. Wieso ist das schneller als ich? Das ist ja voll unfair. Oh, oh, oh. Oh, was geht denn jetzt ab? Junge, wieso haben die sich in Piggys verwandelt? Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Okay, okay. Oh, mein Gott. Okay, okay. Ein Obby. Es ist ein weiterer Obby. Jetzt ganz ganz schnell. Der ist runtergefallen. Oh, ja, tschüss. Der Obby-King ist mal wieder... Oh, zugeschlagen. Wasser kommt. Tsunami. Jawohl. Wir sind oben angekommen. Wir sind oben angekommen. Oh, mein Gott. Werden sie schafft. Piggy, los, Piggy. Der schafft den Sprung nicht. Und jawohl. Er ist oben angekommen. Oh, der Squid Game. Ah, der ist ins Wasser gefallen. Und das war's mit ihnen. Hallöchen. Wir können über alles friedlich reden, Piggy. Da sind wir die einzigen zwei, die es geschafft haben. Und der Rest hat diesen Obby einfach nicht geschafft. Ey, ich glaub's nicht. So, jetzt ganz ganz schnell. Oh, Piggy hat den Knopf gedrückt. Ich glaube, das wird bestimmt Pech geben, oder? Hat er ihn gedrückt? Ne, jetzt. Hä? Was geht denn jetzt ab? Hier fährt einfach einer Motorrad. Joho. Der krisst hier auf seinem Motorrad. Und Piggy will den verkloppen, oder was? Jo, chill mal dein Leben ein bisschen. Haha. Beruhigt sich. Ja, der fährt... Haha. Der fährt mit einfach. Okay, okay, okay. Das war lustig. Okay, das ist nicht so lustig. Okay, weiterer Parcours. Oh, ja. Und, Junge, wir werden diese Krone für immer behalten. Wird da wieder irgendwas aufsteigen? Vielleicht Wasser, oder so? Okay, ich will's nicht wissen. Ich will einfach nur diesen Parcours schaffen. Wir müssen jetzt hier nach ganz, ganz oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das steigt was. Gift, oder so ist das? Oh, Freunde. Jetzt ganz schnell. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier... Woppa. Okay, nach ganz oben. Nach ganz oben. Komm schon, komm schon. Jetzt geht es... Oh, hier entlang. Alles klar, alles klar. Bis jetzt. Wir schlagen uns gut. Wir schlagen uns gut. Ich glaube, wir sind der letzten Überlebende. Wir sind der letzten Überlebende. Und, jawohl. Wir sind oben. Wir sind da oben. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir sind da oben. Wir sind da oben. Hä? Okay, okay, okay. Leute, drückt den Knopf. Okay, okay. Dann drücke ich ihn halt. Wenn ihn kein... Glück. Oh, oh. Anderer drücken will. Was haben wir hier? Warte mal. Was ist eigentlich, wenn wir hier draufstehen? Werden wir dann irgendwie zerquetschen oder so? Yo, Hilfe. Okay, wir überleben die ganze Zeit. Ja, das ist ein Traum von jedem Gamer. Kostenlose Gaming-Headsets. Kostenlose Mäuse und Tastaturen. Ja, das ist wirklich mega krass. Auch wenn die ein bisschen zu groß sind. Ich weiß nicht, ob mir so ein Headset passen würde. Okay, drückt den Knopf. Drückt den Knopf. Oh, oh. Okay, was Neues. Oh, die Hängebrücke. Oh, die Todesbrücke. Werden wir das Ganze. Oh, schafft. Alter, der rushed ja hier durch. Und, okay, da ist er runtergefallen. Da war er ein bisschen zu schnell. Und zack, jawohl. Wir haben es geschafft. Okay, komm, 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 komm. Ich glaube an dich. Ich wette, du wirst es schaffen. Okay, okay. Du wirst es nicht schaffen. Und sie bleibt einfach stehen. Sie denkt so, nö, ich gehe da nicht drüber. Nö, könnt ihr knicken. Könnt ihr vergessen. Haha, da sind die runtergefallen. Alles klar, alles klar. So, let's go. Okay, los, drückt einen von euch auf den Knopf. Ich bin ein bisschen zu weit entfernt vom Knopf. So, ab geht es. Hey, was ist denn mit der los? Die pennt da einfach. Hä? Wart mal. Yo, ein Riesenventilator. Oh nein, 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 nein. Nein, müssen wir springen. Okay, wir springen, wir springen. Alter, was ist ein Leben am Leben? Sie steht komplett am Abgrund. Hey, du da. Bekommst du nicht mehr? Wieso fliegt sie nicht weg? Sie chillt da einfach ihr Leben. Die so, ach, gemütlich. Ein bisschen Wind tut gut. Wieso ist sie nicht weggeflogen, Alter? Die stand hier total im Abgrund. Das kann ja wohl nicht sein. Alles klar. So, weiter. Oh, oh. Geht es? Oh. Okay. Äh, hallo? Wo sind wir denn jetzt bitte gelandet? Ein riesengroßes... Oh mein Gott, Monster, wir müssen rennen. Wir müssen den Fallen folgen. Oh, nein, nein, nein. Der Riesenarm. Der wird uns alle bekommen. Nein, nein, renn, renn. Wir sind zu langsam. Wir sind... Nein, 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 nein. Jo, oh mein Gott, wir sind immer ausgewichen. Ha! Wir sind einfach links, Adi, vorbei, ausgewichen. Okay, wir rennen weiter. Wir rennen im Arm. Oh mein Gott, renn, 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 renn. Der rennt um sein Leben, der Kollege hier. Alter Schwede. Was geht da? Wo sind wir vor allem gelandet? In einem riesen Vulkan mit so einem Lava-Monster. Alter, springt hoch, springt hoch. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Echt? Ich... Hat der Kai erledigt oder was? Naja, ich weiß. Aber ich bin der Erste. Ich bin der Erste, der den... Plup. Knopf drückt. Oh nein. Oh! Der Bunker, der Bunker, der Bunker, der Bunker, Freunde. Bevor hier... Oh Gott, oh Gott. Alles in die Luft gejagt wird. Was geht denn da? Los, 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 Leute. Okay, komm schon. Werden wir es jetzt schaffen. Werden wir es alle mal endlich überleben. Und plup. Wohl, wohl, wohl. Wir warten bis zur letzten Sekunde. Und wow, wow, wow. Wow. Alte Schwede. Da sind wir. Boom. Angekommen. Da haben wir die riesengroße Explosion. Ey, der ist wieder hochgegangen. Da ist wieder einer hochgegangen. Und wurde damit erledigt. Leute, bleibt alle im Bunker. Hier unten sollten wir auf jeden Fall sicher sein. Also keiner verlässt das Ganze. Knopf drücken. Komm, Knopf, Knopf, Knopf. Klick, klick, klick. Uh, wo sind wir jetzt angekommen? Auf irgendeinem Schiff oder sowas? Schaut euch das ganz mal. Juck, meine Kapitäne. Steigt alle mal ein. Okay, okay. Wohin geht die Reise? Die Reise... Warte mal, ist da irgendwas im Wasser? Ah, nee. Ich glaube, das ist nur ein Schatten oder... Oder ist ein Fisch? Hallo? Ist da irgendwas im Wasser? Ist das so ein Fisch oder so? Oh, oh. Das Schiff geht unter. Das bekomme ich erst mit. Erst jetzt mit. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, das Schiff geht unter, Leute. Rettet sich, wer kann. Okay, wir bleiben hier oben. Wir bleiben hier oben. Sind wir hier oben sicher? Leute, nicht ertrinken. Alles gut. Alles mit... Oh, oh. Nein, wir kippen in die Richtung. Wir kippen in diese Richtung. Oh nein, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Nein. Das Schiff. Okay, wir müssen noch hier drauf. Geht unter. Nein. Jawohl. Da haben wir es auf jeden Fall mit den anderen überlebt. Ey. Das ist wirklich total knapp. Leute, Leute, Leute. Hä? Was geht jetzt noch? Fußball? Sind das Fußball-Ionen? Es regnet Fußbälle vom Himmel ab. Geht es? Kommt runter. Yo. Wir kicken erstmal ein bisschen. Ha. Hier mit den Fußbällen. Und Messi, Messi, Messi. Hier. Pass. Was weiter? Was geht jetzt ab? Ha. Was macht ihr denn für Tricks? Okay, okay, okay. Das waren anscheinend irgendwelche... Oh, Fußbälle. Okay, okay. Es ist wieder dieser Parcours, Freunde. Es ist wieder dieser Parcours. Ab geht es. Jetzt hier. Zack. Zack, zack. Ganz, ganz schnell. Ab geht es. Woppa. Hier nach oben. Okay. Sehr, sehr gut, Freunde. Wie ein Profi. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Leute, Leute, Leute. Ey. Hä? Wieso schafft es sich so? Jetzt aber, Freunde. Zack. Zack. Jawohl. Da sind wir oben angekommen. Ey, guck mal, die haben es nicht geschafft. Die denken es nur so. Ach, Mist, ey. Verdammt nochmal. Aber wir sind hier die Profis. Erster, schreibt er. Wir sind hier die Profis, die es auf jeden Fall überlebt haben. Hier nach ganz oben zu kommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin die Knopfflöcherin. Und haben hier gedrückt. Jo, das ist ein Auto einfach. Was geht denn ab? Alles klar bei dir. Und wow, richtig krass. Und hey, guckt euch das ganz mal. Oh, hier sind überall Autos. Wir können uns ein Auto. Nein, verwandeln. Ich wollte auch ein Auto werden. Na super. Aber die sind jetzt hier alle. Oh, Autos gewonnen. Was? Ein Alien. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die werden hochgezogen. Oh nein, die werden hochgezogen. Ein riesengroßes Alien ist da. Und oh nein. Die verwandeln sich in Aliens. Ich will kein Alien sein. Obwohl, will ich ein Alien sein? Ich will ein Alien sein. Friss mich, Alien. Wieso sind alle Aliens? Ich will auch ein Alien sein. Und yo. Oh, wir sind jetzt auch ein Alien. Hallo, Menschen. Willkommen. Wir sind da, um Frieden mit euch zu haben. Und yo, Piggy ist wieder am Start, Freunde. Und jetzt haben wir jetzt einfach den Piggy-Fam. Voilà. Kommt her. Komm her. Ich mach dein Auto kaputt. Ich zerkratze dein Auto hier. Was geht denn da? Okay, okay. Komm schon. Ey. Komm da runter, Kollege. Was machst du da oben? Okay, okay. Komm schon. Wir drücken noch einmal. Wow, den Knopf. Was geht denn da? Boing, Boing. Ha. Ein riesengroßes Trampolin. Boing. Wo habt ihr das schon mal gesehen? Ein Trampolin. Einfach mit Piggy und ganz vielen verrückten Aliens, ey. Das ist wirklich jetzt zu so lustig. Das ist auch nur möglich. Bei dieser Drücke nicht den Knopf-Challenge. Oh ja. Boing, Boing. Hallo. Können wir aufhören? Ich bin aus der Puste. Ich kann nicht mehr. Oh ja. Okay, ich würde sagen vollkommen. Noch ein letztes Mal. Drück mir den Knopf. Mal schauen. Was wird jetzt passieren? Yo. Was geht jetzt ab? Müssen wir da nach oben oder? Oh. Ich glaube, die Köpfe rollen runter. Die Köpfe rollen runter. Rettet sich. Wer kann. Alter Schwede. Okay. Wer muss überleben? Wer muss überleben? Okay. Ich glaube, wir wurden ein bisschen weit weg geschleudert. Uh. Wir wurden hier komplett fertig gemacht. Aber ich denke mal, Freunde. Das war es jetzt gewesen sein mit dieser Drücke nicht den Knopf-Challenge. Nein, der ist wieder am Start. Was geht denn da ab? Wir haben jetzt auf jeden Fall einige Male diesen verrückten Knopf gedrückt. Und es ist wirklich die verrücktesten und lustigsten Dinge passiert, die ich mir hätte vorstellen können, ey. Und ich würde euch aber sagen, Freunde. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch rein, Teil der Santex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder, oh oh, bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.